Haus der Familie Lichtenstern am Ritten. In dieser schönen Umgebung fand die internationale Fachtagung zur Ausarbeitung einer Südtiroler Familienpolitik für die Zukunft statt. Experten aus Südtirol, dem restlichen Italien und aus Österreich haben sich am Ritten getroffen, um über die aktuellen Modelle der Familienpolitik zu diskutieren. Hausherrin war natürlich Walt Trauteg, Südtiroler Landesrätin für Familie. Die Familie ist einer der tragenden Pfeiler unserer Gesellschaft. Doch wenn die Gesellschaft sich wandelt, verändern sich auch die Familie und ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Das Thema dieser Tagung und auch das Ziel ist es, Familie in den Mittelpunkt zu rücken. Heißt ganz konkret miteinander sich auf den Weg zu machen. Was brauchen Familien in Südtirol? Wie stellen wir Weichen auf politischer Ebene, aber auch mit der Wirtschaft, mit dem Ehrenamt, um den Familien einfach gute Rahmenbedingungen zu schaffen und auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass junge Leute einfach Lust auf Familie und auf Kinder haben. Es ist darauf hingewiesen worden, dass die Einflüsse von außen, aber auch jene von innen vielfältig sind und in einer Gesellschaft zu Unsicherheiten und Irritationen führen können. Es gilt daher, Antworten zu erarbeiten, welche sowohl auf Erfahrungen anderer Gesellschaften basieren können, als auch auf den Eigenheiten einer jeden Gesellschaftsstruktur Rechnung tragen. Familienpolitik ist im Wandel. Familie ändert sich, wie sich die Gesellschaft ändert. Und mit dieser heutigen Tagung Familie, Politik, Zukunft wollen wir dieses Thema in den Mittelpunkt stellen. Wir als Familienressort und Familienagentur begehen heuer ein Jubiläumsjahr. 2013 wurde die Grundlage für die Landesfamilienagentur vorgelegt. Und diese heutige Tagung bildet ein Highlight, ein Meilenstein in diesem Jubiläumsjahr, das wir entsprechend begehen werden. Familienpolitik muss praktische Lösungen anbieten, welche den Familien ermöglicht, ihren Alltag in der für sie bestmöglichsten Form zu gestalten. Die Tagung soll einen regionalen, nationalen und internationalen Überblick über aktuelle Modelle der Familienpolitik geben. Alessandro Rosina, Professor an der Wirtschaftsfakultät der Universität Cattolica di Milano, hat auf die Wichtigkeit demografischer Untersuchungen hingewiesen und das Land Südtirol für seine familienfreundliche Politik sehr gelobt. Der Hintergrund dieser Tagung, glaube ich, ist ganz besonders spannend, weil noch einmal klar beleuchtet wird, wie relevant Familienpolitik für die Zukunft unserer Länder ist. Wir haben gesehen, die Geburtenrate ist schwach, sie ist nur zögerlich im Steigen und wir wissen, dass alle zukünftigen Vorhaben nur dann realistisch sein werden und auch finanzierbar sein werden, wenn unsere Sozialsysteme funktionieren, sprich, wenn es genügend junge Menschen gibt, die die Systeme einzahlen. Insgesamt glaube ich, Familienpolitik ist die zentrale Herausforderung für die Zukunft. Das sieht die Frau Landesrätin Degg ganz genauso. Wir sind hier Schulter an Schulter auf diesem Weg. Und mein Ziel war es immer, Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen. Das mit einem Augenzwinkern auf Südtirol. Südtirol kann hier ex equo anschließen, wenn ich so sagen darf, wir sind ja auf einem guten Weg in Österreich, aber es ist schon noch einiges auch vor uns. Immer wieder ist unterstrichen worden, dass es wichtig ist, eine klare Zukunftsvision zu haben und diese dann in konkreten Maßnahmen umwandeln zu können. Gerade in diesem Sinn wollte die Fachtagung auch Fachleute und Politiker zusammenführen, um gemeinsam an der Zukunftsvision zu arbeiten.